Musik Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard und das hier ist ein ganz kleines Update Video. Viele von euch haben sich sicherlich gefragt, was mit unserem Kanal los ist, denn in den letzten Tagen kam einfach nichts an Content, wir waren ziemlich tot. Und all diejenigen, die uns nicht bei Facebook verfolgen, liken, whatever, haben sicherlich einfach keine Ahnung, was abgeht. Gar keine Sorge, dafür ist dieses Video gedacht. Wobei ich immer noch, so als kleineren Bemerkung, jedem empfehlen würde, uns bei Facebook nicht unbedingt zu liken. Ich bin jetzt keine likegeile Schlampe, aber einfach nur, damit ihr wisst, was wir tun, weil die ganzen Infos, die wir eben schon raushauen können, hauen wir bei Facebook raus. Also macht euch einen Fake-Account und schaut einmal in der Woche auch mal auf die Seite. Ich sage, ihr müsst nicht mal liken, einfach nur auf die Seite gucken bei uns, denn es wäre einfach hilfreich, falls ihr up-to-date bleiben wollt. Aber egal. Also, was ist los? In der letzten Zeit kam von uns nichts, weil ich zum Beispiel drei Klausuren in einer Woche geschrieben habe, ich musste dafür sehr viel lernen, die Klausuren waren knüppelhart, die haben mir alles abverlangt, was ich hatte. Aber hoffentlich, hoffentlich habe ich alle drei bestanden, damit hätte ich, und ich möchte an dieser Stelle mir selbst gratulieren und mir selbst auf die Schulter klopfen, die letzten technischen Klausuren aus meinem Bachelorstudium hinter mir. Jetzt muss ich nur noch meine Semesterarbeit zu Ende schreiben, dann meine Bachelorarbeit schreiben und mein Praktikum absolvieren. Das alles innerhalb von einem ganzen Semester, also recht locker. Und dann bin ich fertig mit meinem Bachelor. Eigentlich ziemlich gut, an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Runden Applaus raus aus. Nein, Spaß beiseite. Also, deswegen konnten wir einfach keine Videos machen. Azurich ist gerade dabei, selbst einen Bachelor zu machen. Der hat einen 6-Semester-Bachelor, einen 7-Semester-Bachelor, liegt einfach am Studiengang, ist ja auch wurscht auf jeden Fall. Der hat alle Hände voll zu tun mit seinem Kram. Muss auch noch Praktikum machen nebenbei. Das heißt, es kam einfach nichts. Ich habe jetzt, wie gesagt, am Freitag meine letzte technische Klausur hoffentlich geschrieben, hoffentlich auch bestanden. Das heißt, ich nehme mir jetzt noch vielleicht diesen Tag, vielleicht auch noch morgen frei, um einfach wieder klar zu kommen. Ja, ich konnte die ganze Woche über absolut nicht schlafen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was heißt, drei technische Klausuren je drei Stunden innerhalb von einer Woche zu schreiben. Es ist nicht so wie im Abi. Es ist wirklich schwer. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe jetzt immer noch Rhythmusstörungen, was das angeht. Aber ich hoffe, heute und vielleicht morgen nehme ich mir frei, dann wieder richtig loslegen zu können. Wie gesagt, ich möchte hier nicht auf die Tränendüse drücken, einfach nur zu erklären, was abgeht. Dann müsste ich eigentlich Zeit haben. Semesterarbeit, Praktikum-Bachelorarbeit kann ich alles nebenbei machen. Ziel ist es, so ab dem 9. circa wirklich richtig wieder anzufangen mit Videos. Wieder mit Dota-Gameplays, Warcraft 3-Shoutcasts, wieder Guides zu allem Möglichen machen. Meine Only-Mit-Guide in Dota hängt. Meine Guide-Serie zu den verschiedenen Helden-Kombos hängt. Mein Invoker-Guide hängt. Hängt alles hinterher. Genauso wie in Warcraft 3 hängt ziemlich viel, will ich alles nachholen. Und natürlich auch mein Dark Souls-Let's Play. Das heißt, ich möchte einfach nur euch alle mehr oder weniger darum bitten, nochmal extra viel Verständnis zu zeigen. Ich weiß, sage ich oft genug, aber zeigt bitte Verständnis. Seid nicht sauer, dass wir nichts machen. Und freut euch darauf, dass ab dem 9. wieder regelmäßig richtig für Content kommt. Zuerst erstmal von mir. Ihr könnt Azuri, ich liebe, gerne alles Gute wünschen und viel, viel Glück bei seinem Bachelor-Versuch. Das müsste auch so in den nächsten Wochen endlich abgewickelt werden. Dann kommt auch er wieder mit dabei, mit Planet-Zeit, mit allem Möglichen. Dann regen wir, ähm, dann regen wir. Dann legen wir wieder richtig los. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr einfach nur versteht, was gerade abgeht. Und dass ihr wirklich, falls ihr irgendwelche Nachfragen habt, falls ihr euch mal wundert, wieso jetzt nichts kommt, ihr müsst uns ja nicht mal liken. Einfach nur kurz auf Facebook gehen, damit ihr Bescheid wisst, was abgeht. Damit ihr uns nicht jeden Tag 20.000 Nachrichten schreibt. Ansonsten, gibt es noch irgendwelche Wünsche, die ihr gerne hättet? Weil ich jetzt, wie gesagt, so 20 Tage bis zum 1. Oktober, wenn mein Praktikum anfängt, sehr viel Zeit habe, wo ich wirklich Videos machen kann. Habt ihr irgendwelche Wünsche zu irgendeiner Serie oder irgendeinem Spiel oder irgendwas, was ich machen könnte? Am besten nicht unbedingt ein Let's Play zu einem Spiel, das ich nie gemacht habe, falls sowas schreibt wie Let's Play for Metal Gear Solid 3. Das könnte ich machen, weil ich das Spiel und auswendig kann. Ich verstehe, was ich meine. Irgendwas Sinnvolles. Irgendwas, was man wirklich machen kann. Oder Gameplay von dem und dem Spiel. Oder ein Review zu dem und dem Spiel. Sagt einfach, was ihr gerne sehen wollt. Natürlich kommen auch wieder Reaper Talks dazu, aber die sind immer nur montags, also Wurst. Natürlich kommt montags nach wie vor nichts, außer ein einziges Reaper Talk Video. Also montags am besten nicht bei uns vorbeigucken, falls ihr keinen Bock auf Wissenschaft habt. In diesem Sinne, das war's. Das war mein Update. Ich hoffe, ihr versteht, worum es hier geht. Und, ja, eine kleine Runde Applaus, weil wir jetzt ganz nett, die Klausuren waren wirklich nicht einfach. Also, äh, hat mir wirklich alles abverlangt, was ich hatte. Ja. Aber das Studium macht Spaß, wirklich. Also, falls ich irgendwem, ähm, einen Rat geben kann zu dem, was man im Studium nimmt. Falls irgendwer Bock hat auf technische Sachen, falls es irgendwer interessiert, wie so ein Flugzeug fliegt und so weiter. Es ist das Spannendste und Aufregendste, was ich je gemacht habe. Ich würde es niemals für irgendwas umtauschen wollen. Falls ihr die Möglichkeit habt und in Mathe und Physik einigermaßen klarkommt, versucht euch an irgendeinem Ingenieursfach. Maschinenbauingenieurwesen, Elektroingenieurwesen, irgendwas in der Richtung. Es zahlt sich tausendfach aus. Es ist einfach eine unglaubliche Bereicherung, sag ich mal. Also, ich würde es auf gar keinen Fall eintauschen wollen. Wir sind die Jungs, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Wir sind die Jungs, bis zum nächsten Mal.